Diese hier angebotene E1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 39 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1200 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.